So, hallo und herzlich willkommen zurück, wo ich in den Mund da drüben So, tut mir leid Ja, ich geh ja schon, ich geh ja schon Mal haken, wehe ist haken jetzt die ganze Zeit, mein lieber Sauer Naja, jetzt hakt ihr ja nicht, mein Spaß ist merkwürdig Auf jeden Fall gut, dass die beiden großen erstmal down sind Das war in den gefährlichsten So, Luftloch geschlagen Rammenschlag Bitte Ich wünschte, meine Söhne wären nur halb so tapfer wie ihr Ich werde ihnen diese Geschichte erzählen, damit sie wissen, wie sich ein wahrer Held benimmt Ja, mach das Ich muss, also, ich möchte, nein, ich möchte gerne da hoch Genau da Wie ihr könnt ihr das getan haben Was wo? Oh, ich kann die Frau geschlagen, aber doch Ja 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 Wachen bleibt mal weg So Nein, jetzt falle ich wieder hier runter Aua Rügt grad gebrochen Kein Wohle, ich stelle die Frau wieder auf Oh, Leute, ihr nervt Ja Habt ihr echt nichts besseres zu tun, als schon hier abgemetzelt zu werden? Vor allem, wie viele scheiß Wachen haben die immer Ich meine, ich bring hier alle um Ja Ach, schon wieder ein Templer Ich bin doch ausgehalten Habe ich auch nicht vor, so oft Ohne Leute Der fünfte von 60 Ein zwölfte Na ja Also gut, wo bist du? Ist das noch das hier nicht? Ich glaube schon, ne? Ist das noch das hier nicht? Ich glaube schon, ne? Ach, jetzt kann er mal so laufen Mach direkt da runter, sicher Na Alter, ihr hoch da jetzt Hoch und nicht runter So Rechts, ja Sehr schön So Einmal nach unten Drei noch, die werden wir in dieser Folge halt abgrasen Also gut Wo bist du? Wer hat gehört? Er ist in der Nähe Hier Wer ist hier? Ach, komm hierher zurück Da ist er Halte ihn Halalala Oh, noch ne Flagge Oh, noch ne Flagge Ich hab jetzt überall Sarazen Flaggen Finde 6 von 100 Hoch Das wird euch das Leben kosten Die Ja 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 Zack 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 Jetzt stirbt doch mein Ding Alter, wie viel haben die denn? Ist hier ein Nest oder was? Zack Ja. Mann! Ja, mach das! Ich muss mal kurz hier runter. Ja, wofür denn jetzt schon wieder? Sollte Richard Jaffer einnehmen, ist er nicht mehr zu stoppen! Er wird dann gegen den Hut dann entschuldigen! Wir müssen ihn aufhalten, bevor es endgültig zu spät ist! Diese Stadt gehört von! Hat uns immer gehört! Und es ist unsere Pflicht, sie bis zum Sohn zu verteidigen! Die Kreuzfahrer müssen besiegt werden! So, einfach mal... Da ich mal so... Ich muss mal hoch, alles in Ordnung. Ja, kein Problem, ich muss mal kurz hoch. Alles gut, alles gut. Voll geil. Stört ihr auch nicht im Ringsten. Ich lau einfach mal hier lang so. Die stehen da als Wachen so. Kontrollieren da alles. Ich lau einfach mal da lang, kein Problem. Alles cool. Steht auf der Liste. Schnell mal nach links. Ach, da wär ich auch reingekommen. Naja. Nach rechts. Oh, das war ein großer Turm. Ach, da hört man hier aber nix mehr. Ich sag mal, wenn ich's könnte, würde ich, glaube ich, das auch einmal gern so machen. Weißt du, das muss schon echt ein geiles Gefühl sein, einfach mal so hier oben zu sein. Aber ist wahrscheinlich auch scheiße. Gibt's da nicht diesen komischen... Diese, diese, die... Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. War auch so ein komischer Internet-Trend, glaube ich. Waren Leute irgendwie auf... Ist das Feuer? Egal, wo dann Leute irgendwie auf ganz hohe Sachen geklettert sind. Irgendwie so auf so Baukräne oder so. Oder auf Alze... Oder Ruine oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall halt riesig hoch und dann halt so freihändig an einem Arm da gehangen. Ich hab'n Video aus Fotos gemacht und so. Wenn ich's könnte, würde ich's auch gern tun. Einmal so da oben ist das bestimmt schon... Also zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Ist das ein Plan? Ist das ein Plan? Hat der Mikro? Nein! Warum rennt er bloß so? Hey, hier! So hilft mir doch jemand! Srettiger Siebe! Wie schimmelhaft! Warum kein Mikrofon? Warum kein Mikrofon? Aua! Ach, der kann mich kontern. So, das kann ich nicht kontern. So, zack, zack. Mach! Mach! Du! So, auch noch. Willst noch? Alles klar. Gut, dass ihr gerade vorbeikommt. Noch eine Minute und sie hätten mich entführt. Mhm. Ich schulde euch. Was ist hier geschehen? Ja, ja, ihr schuldet mir dann. Was ist klar? Ich? Ja, mach mal Platz hier. Ich muss mal durch. Ja, mir doch egal. Was denkt dieser Mann sich nur hat? Mäh, Kamera. Er sollte aufhören, sich wie ein Kind zu bewegen. Wer hat das getan? Das ist furchtbar. Ich muss da rüber. Mensch, alter ihr. So, hier sieht's doch gut aus. Kann man noch mal kurz hochklettern. Ja, alles kein Problem hier. So. Nach rechts. Nach der Kamera. Kamera. Also manchmal macht meine Maus ja schon ein bisschen Quatsch hier. So, einmal hier hoch. Schon wieder hört man nix hier, ne? Oh no. Was ist da hinten wohl drin ist? Da kann man nicht mehr hochschaden. Schon eine geile Aussicht. Kann man sagen, was man will. So, der Aussichtspunkt Nummer 9. Ne, Moment. Hier unten hin, dann da hin, dann da hin, dann da hin, dann da hin, da hin, da hin, da hin, da hin. Ist ein Plan. Auf jeden Fall. So. Das will ich auf jeden Fall noch in dieser Folge schaffen. Deswegen geben wir mal Gas. Nix. Nein, nur andere. Nein. Templer. Aua. Das war Templer Nummer 6. Ein Zehntel. Oh, Flagge. Geht. Okay. Bitte. Eine kleine Spende. Ich bin arm und krank und horisch. Mir doch egal. Er scheint ja wirklich in allem zu. Hi. Mal später. Ach, jetzt nervt mich. Kann ich denn jetzt? Ein bisschen verwirrt gerade. Wo muss ich denn? Nein. Ich habe aber noch viel, viel mehr. Ihr wollt einen guten Handel? Dann bin ich. Nein, geht nicht. Du ein Gemüse. Meine Kinder. Bitte. Bitte. Eine kleine Spende. Ich bin arm und meine Familie ist groß und liegt dem Sterben. Hier wagt es in meinem Weisheit. Wovor flieh der nun? Ja. Du sollst das Leben was dann? Entschuldigung. Oh, der geht auch immer so schnell hier. Hier wirst du sterben. Gott ist doch meiner. Ja, also. Wie konnte das geschehen? Ja, ich kann nicht gewinnen. Auf keinen Fall. Ja, also echt nicht. Also gewinnen. Sorry. Oh. Obola. Gut, dass ihr gerade vorbeikommt. Noch eine Minute und sie hätten mich entführt. Jo. Hätten sie wohl. Da hinten haben wir den letzten Aussichtspunkt auf jeden Fall schon mal. So. Ich muss gleich mal gucken, ob die Stimme wieder gut aufgenommen hat. Ah, na, jetzt sind wir hier oben. Es ist euch nicht erlaubt, sie zu sein. Da kannst du dich ruhig festhalten. Wie kann ich da nicht lang gehen, die machen mich sofort wieder kaputt. Geht schnell! Ich bin ja schon auf den Weg. Hihi. Warum darf ich eigentlich nicht hier? Ich möchte den gerne ins Visier nehmen. Alter, ihr fallt da nicht runter, bitte. Ich hoffe, jetzt sieht mich kein Bogenschütz oder so. Weil das wäre ziemlich scheiße. Aber das sieht gut aus. Bäh. Hallo. Das kostet dich den Kopf. Verstehe ich nicht. Ja, ein bisschen Glück alleine. Oh komm. Jetzt fangen wir bloß nicht an. Zumindest den letzten Aussichtspunkt haben wir jetzt mal gemacht. Das ist doch schon mal gut. Den letzten Bürger machen wir auch noch eben. Okay, ich glaube, jetzt hängt es wirklich. Ähm, dann machen wir das doch nicht. Wir enden hier die Folge. Danke fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und gucke, ob das jetzt funktioniert. Und wenn nicht, dann nehme ich noch was anderes auf. Oder auch nicht. Vielleicht schon. Egal, vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Haut rein.